Musik Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Buchrezension hier auf ldamiab.com Mein Name ist Lukas D. Albert, ich bin LDA von ldamiab und wir schauen uns heute das Buch an Architecture auf ein existential threat von Adam Reynolds mit einem Vorwort von Daniel Sperer. Es ist das Buch zur Ausstellung Bunker Architektur des Überlebens im Jüdischen Museum in Wien am Judenplatz. Die Ausstellung läuft noch bis 8. Oktober 2017 und ich habe einen Link in den Text, in den Artikel gepackt, wo man sich informieren kann, Öffnungszeiten, genaue Adresse und so weiter. Die Texte sind in Deutsch, Englisch und Hebräisch gehalten und das Buch ist quasi das Buch zur Ausstellung. Man kann sich auch nur das eine anschauen oder das andere, also es ist jetzt nicht gekoppelt, aber man bekommt das Buch auch dort im Museum zu kaufen und ich werde mir das jetzt näher anschauen. Das habe ich dankenswerterweise vom Verlag Edition Lammerhuber, in dem das Buch auch erschienen ist, zur Verfügung gestellt bekommen. Kommt eingeschweißt, ist schön verarbeitet, auch außen mit ein paar schönen Bildern schon, vor allem das mit der Tür vorne finde ich ganz besonders nett. Das ist quasi der Eingang zum Buch. Was ich persönlich jetzt nicht so mag, ist dieser French Fold Schutzumschlag oder generell diese Schutzumschläge, weil so vorsichtig ich auch mit den Büchern umgehe, das ist immer das Erste, was kaputt geht und das finde ich ein bisschen schade, wenn dann die Ecken abgestoßen sind. Aber das Buch selber ist auch in einem schönen Leineneinband gebunden mit geprägten Titeln am Buchrücken. Also man findet es auch, wenn man es ohne Schutzumschlag ins Regal stellt. Da sieht man schon ein Bild, ist noch drunter, nein, kann man nicht aufklappen, wäre vielleicht auch nett gewesen, aber ich finde das auch so nett, dass man da schon nicht einfach nur was Weißes hat, kurzen Umschlagstext mit wann, was, wo, eben Deutsch, Englisch und Hebräisch. Aber jetzt schauen wir uns mal das Buch an. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Fan, weil die Ecken relativ schnell kaputt gehen bei solchen Schutzumschlägen. Aber das ist meine persönliche Einstellung zu dem Thema. So ist das Buch ordentlich verarbeitet, wie man es kennt vom Verlag Edition Lama Huber. Beginnt gleich mit dem Abgang hinunter in die Bunker. Bunker oder wie wir dies auch nennen, Weltuntergangsräume oder Bomb Shelters auf Englisch. Ist ja etwas, das in Israel gesetzlich verankert ist, wo jeder Bewohner, also jeder, der sich gerade in Israel aufhält, Zugang haben muss. Und da halt Wohnraum aber auch teuer ist, sieht man halt, die Leute dekorieren das dann einfach schöner oder nutzen es auch als Wohnraum, als Wohnzimmer. Weil man halt sich den Luxus nicht leisten kann, einfach nur ein extra Zimmer zu haben, das man nicht benutzt. Weil eben, wie gesagt, Wohnraum ist nur begrenzt vorhanden und auch nicht gerade billig. Ein bisschen, ein paar Texte über die ganze Thematik. Ich gehe da jetzt auch, wie schon im Artikel geschrieben, nicht darauf ein, wer ist schuld, wer hat angefangen, warum, wieso, weshalb. Das politische Klima kennt man in Israel. Aber das ist hier nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern das Buch und auch die Ausstellung zeigt, wie die Leute gelernt haben oder versuchen, mit dieser immerwährenden Bedrohung zu leben. Das ist eine Grundschule, ein Schutzraum. Das steht auch immer dabei, wo das war. So kurze Info, damit man sich auch vorstellen kann, ist das was Privates, ist das was Öffentliches, hier in einer Garage, in einer Tiefgarage. Es gibt auch Gemeindezentren, ein Papp, würde man bei uns wahrscheinlich dazu sagen. Es gibt sogar ein unterirdisches Notfallkrankenhaus. Da sind auch ein, zwei Bilder drinnen, damit man eben auch im Falle eines Angriffs, womit auch immer, trotzdem noch die Möglichkeit hat, den Menschen zu helfen. Manche ist es eher schlichter gehalten, manche ist es schön ausgeschmückt. Hier zum Beispiel, das ist im Knesset der Schutzraum. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass er in diesen Hochsicherheitsraum überhaupt durfte. Adam Reynolds. Das habe ich im Artikel über die Ausstellungseröffnung gebracht. Kann ich nur empfehlen, ich werde da auch noch verlinken im Artikel, beziehungsweise unter dem Video, wenn du das auf YouTube schaust. Ein bisschen die Technik. Weil man kann ja nicht einfach nur einen Raum schaffen und dann einfach die Tür zu machen. Man braucht ja auch Luft zum Atmen, die muss natürlich gefiltert werden, weil sonst bringt es ja nichts, dass man in dem Raum sitzt. Dann könnte ich gleich draußen sitzen, bleiben Wassertanks, Schlafmöglichkeiten. Also da geht ja einiges noch an Vorausplanung dazu, weil man hat ja im Falle eines Falles nicht viel Zeit. Und wie der Bundesminister Doskozil, der bei der Ausstellungseröffnung dabei war und der die Ausstellung auch eröffnet hat, gesagt hat, vor wenigen Jahrzehnten war das ja auch noch bei uns durchaus ein Thema. Wir und unsere Eltern können sich normalerweise nur noch von Geschichten daran erinnern. Die Großeltern und Urgroßeltern der älteren Generation, die haben das ja noch erlebt, dass auch mitten in der Nacht irgendwann die Sirenen losgeheult haben und alle irgendwie einen Schutzraum aufsuchen mussten und wir teilweise ja gar nicht mehr uns bewusst sind, was wir eigentlich für ein Glück haben und was das für eine friedliche Zeit, trotz der ganzen Dinge, die passieren hier und in Frankreich und in Großbritannien und was weiß ich, wo überall noch ist es doch eine relativ friedliche Zeit bei uns. Das ist das Bild, glaube ich, jetzt vom Schutzumschlag. Ja, genau, das ist ein Ausschnitt aus dem Bild. Und dass wir da eigentlich auch sehr dankbar sein sollen und dankbar sein müssen, dass wir eben nicht mit dieser immerwährenden Angst leben müssen. Also meine Großmutter bekommt jetzt noch immer ein mulmiges Gefühl, wenn um einen Nationalfeiertag herum die Zivilschutzzirenen losheulen, weil sie das einfach von damals noch, als sie noch ein Kind war, miterlebt hat. Ja, wie gesagt, das ist eingeprägter am Buchrücken der Titel, was praktisch ist. Wie gesagt, ich persönlich bin nicht so ein Fan von diesen Schutzumschlägen. Ich fand das Buch von Tschernobyl, auch aus dem Verlag Edition Lammerhuber, hat mir da besser gefallen, weil da war quasi außen das draufgedruckt auf den Umschlag, also ohne Schutzumschlag. Wie gesagt, das ist ganz persönliche Präferenz. Ich werde es aber vielleicht dann doch im Schutzumschlag aufheben. Es ist halt so, wie es ist. Es ist ordentlich verarbeitet, kann man überhaupt nicht sagen. Die Bilder sind wunderschön. Also wie gesagt, ich werde immer dankbar, wenn ich mir das anschaue. Ja, kann nur jedem empfehlen. Schaut euch die Ausstellung an, holt euch das Buch, wenn ihr wollt. Man blickt dann einfach auf die ganze Thematik mit anderen Augen und uns wird einem bewusst, wie glücklich wir uns schätzen können, hier und jetzt zu leben und nicht mit dieser ständigen Angst leben zu müssen. Das war es für heute. Danke fürs Zusehen. Über Kommentare würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Dein Lukas D. Albert